Herzlich willkommen, Leute, zu einer Folge Jump'n'Rump, also Rump, auf dem TD-Kanal mit Taudauf-Locke, Alex, Kapuze und... Hallo! Hallo! Ich habe euch in keinen Vorsprung gelassen. Jump'n'Rump ist ein Jump'n'Run von den Elfzologen. Du hast doch Jump'n'Rump. Ja, it's a Jump'n'Rump. Und wir spielen den Race-Mode und wer zuerst den Kurs schafft, der gewinnt. Wir haben fünf Runden eingestellt. Kundran hat schon richtig viel im Voraus geübt. Ja, das merkt man auch. Kundran, der übt immer. Powerspritze! Oh nein, er hat einen Stern. Ich habe einen Stern. Ich höre ihn! Ich höre ihn! Nein! Alter! Da dauert er der Banda-Husis von mir! Machen wir einen fertig. Kundran, guck mal! Oh Gott, da kommt ein Stern! Da, da, der Banda-Husis! Hast du nicht recht viel abbekommen, Kundran? Es gibt doch einen Hook! Ja, der Hook ist auch geil. Aber den krieg ich viel zu selten. Ich krieg den Power schneller am besten. Natürlich! Wo ist denn da? Ihr seid schon wieder ganz vorne wahrscheinlich, oder? Äh, nein! Darlu, du bist schon in der dritten Runde, oder? Ja, ich überrunde gleich. Da bin ich aber auch schon. Wieso gleich? Nein, ich bin unter das Ding gesprungen! Das ist so einfach! Ey, das war doch gar nicht da! Das war fiech! Da-da! 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 Wuhu! Alter, Kundran, nicht nach hinten! Geht danach auf die vorne! Ich hab jetzt nicht... Wie kann man sich zurücksetzen? Oh, ich hasse nicht das Spiel! Wie kann man sich zurücksetzen, nicht? Er oder Ente? Alles gut, ja! Was will denn? Ich bin übers Ziel gesprungen! Ich bin übers Ziel gesprungen! Und hab's nicht gerafft! Eigene Doofheit. Wo ist denn hier der Darlow? Der Darlow! De Darlow! Der Darlow! Der Darlow! Der Darlow! Der Darlow! Der Darlow! Der Darlow! Ich bin... Ich bin... Halt jetzt mal auf! Diese ganzen bescheuerten Bomben! Ich bin zu schwarz! Das ist echt auf! Das hält ein bisschen auf! Was denn? Ich hab eine Runde vorgegleich einen zweiten... Oh, da ist Alex! Nee! Ist er gut? Nein! Wo ist der Darlow? Der Darlow ist hinter Alex! Der Darlow wird gleich sterben! Irgendeiner hat ne... Nee! Es geht irgendwie auf... Nee! Der Alex ist ja auch echt gut immer! Oh! Ich werd grad überrundet! Ich werd grad überrundet! Ich werd grad überrundet! Finish! Höh Alex! Wie beams! Das Ziel! Wie... Ach! Tautau! Jetzt bleib mal stehen da! Da kommt der Tautau! Nein! Und der Tautau! Ja du bist halt auch nicht durchtaut! LOL! Der Tautau war nicht! Ich bin zweiter! Ja unglaublich ne? Das ist ja wirklich toll! Da läuft noch einer! 10 von 10! Warum hab ich den blühen Hammer? Kann ich mich nochmal wechseln? Das Bude-Man hat gewonnen! Das war der Ness! Das Bude-Man! Das Bude-Man! Das Bude-Man! Das Bude-Man! Bude-Man! Sind wir wieder zurück! Zweite Renn hier! Tramp! Neue Strecke! Tramp! Tramp! Alter! Was war das denn für ein Assi-Move? LOL! Boah! Verdammt! Ja jetzt kriegt mich doch nicht noch in die Luft! Hä? Hä? Wieso geht das nicht? Wie komm ich nachher auf jetzt? Alter! Was denn? Ach nein! Ich finde die Map... Die sind ein bisschen zu weit aus dem Land da irgendwie, ne? Hä? Wie komm ich zu? Du musst von dem Fenster weg springen dann wieder ran! Du hängst ein Fenster! Also die finde ich auch... Nein! Das ist alles schon weg! Das schaue ich aber niemals! Also ich werde das Ziel nicht erreichen! Ja, ich habe auch... Bleibe! Gunnar, bleib stehen! Oh, jetzt habe ich einen Boost gehabt! Bleib stehen! Dalu ist schon wieder einen Kilometer weit weg! Der Dalu Card muss eingeholt werden! Ah! Fuck you! Wenn ich denn hier drei Blaue bekommen, wird das nichts mehr! Gibt es überhaupt Blaue? Oh nein! So ein Laser! Orbital Friendship! Von Laser, wie es hier abgeht! Ich hol den da! Was denn da da? Du bist halt zu schlecht für mich! Ich bin schon so weit vorne! Wohin muss ich? Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Ihr kennt die Map halt schon! Verdammt! Ach! Äh, es sind Pfeile auf der Map also! Ja, ich kenne auch nicht! Ja, aber hier nicht! Wenn sogar Flocke das sagt, ne? Ja, die ist auch letzte! Irgendwo fünf unten hinter uns! Halt doch, Mann! Dein Mut! Ey, was ist überhaupt mit der... Weißt du, diese Bobos! Wo muss ich hin? Ja, immerhin finde ich den Weg alleine! Wo bist denn du? Wo ich denn sass? Gleich vor dir, wenn du nicht aufpasst! Kommen wir da rüber? Ich bin im Labyrinth! Hallo! Geh halt hoch! Ui! Wie komm ich da weg? Nein! 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 Hey, Alex! Ich glaube, ich weiß, was du meintest! Ja! Da, wo die Stacheln sind, ne? Ja! Da musst du durch die Stacheln! Ja! Oh, scheiße! Oh, was war das denn, ey? Das war ich! Hier kommt Conrad! Der kann mir das bestimmt jetzt zeigen! Ja, leider! Einfach in die Schacheln springen! Konrad! Hier runter! Achso! 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 Nein! Ich komme! Bist du hier runter? Boah! Ich bin hinter dir! Ne! Ne! Ich habe mich rumgezogen zu werden, Also keiner! Da bin ich, Joan! Ehm, welche Lab bist du denn? Eine weiter! Übä! Du hast mich gehumpt! Ich habe mich gehumpt, Oppo! Ich komme wieder! chasing mal, Conrad! Hat er deine Items nicht für Leute ausbewahren, die ihr gesund vårehen sind? Vor mir ist Darl Dein und der ist 30 Sekunden vor mir! What?! Der kennt halt die Map schon aus in dieances chuckle! Die Map kenne ich auch, aber das hilft mir halt nicht. Ja, siehst du, haben sie zugegeben, dass sie die Map kennen? Ja, die haben wir sogar schon aufgenommen. Vor einem Jahr bestimmt. Ach komm, als ob du es vergessen würdest. Ja, ich vergesse nie was. Ja, richtig. Da geben sie es zu, dass sie die Map schon auswendig kennen und trainiert haben. Ja, da wird revealed, wie was für Bobos die sind. Ja, klar. Hä? Denkst du ja nicht. Ey, ich hab dich gegrabt. Ich bin der Sarge. Oh, Don will meine Resettings und ein paar Tricks versuchen. Komm ich da jetzt rüber. Können, ich musste einmal zurücksetzen, weil ich Wrong Turn hatte. Ja, bist du immer noch vorne. Aber ein unheimlicher Film der Wrong Turn. Mach ich nicht. Nur Kacke-Attacken. Jones! Jawoll, ich muss dich fertig. Ah, schön. Ich bin der Rute geflogen. Ich möchte so eine Bande haben, wie bei Mario Kart. Wie beim Bowling von Newbies. Wie bei Mario Kart. Man möchte die Antenne anmachen. Wo ist denn da, du Kacke-Attacken? Ey, du hast mich runter geschluckt. Glocke! Glocke, kleine Bombe. Neukundi ist eins. Glocke, Kater ist lustig. Okay, ich bin da jetzt auch ein Stern. Oh, ne. Nein! Nein! Ich hab's auch gehört, aber das ist auch nicht ich. Hör doch mal auf mit dem Mist. Ja, ich mach den da so lauter Tastenräuche. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn das so lauter ist. Ja, das ist nicht immer ein Problem, ne Kapuze. Doch, schon. Kapuze, nutze den Boost. Ach komm. Ich bin ein Schwung in den Boost. Wie kann leid, bist du jetzt zwischen 5? Finale Lab. Hehehe, Kapuze. Du, ich lass mich nicht überrufen von dir, du. Bist du doch schon an dich. Ne, ich bin, ne. Alter. Alright, Kapuze, alright. Alter, was war das durch die Murakate? Kapuze, alright, wo bist du? Du, ey. Körner Jones, Körner. Ja, zack. Ne, ich bin nicht in Deutsch nix lang. P-p-p-p-p. Kapuze hat 100 Sterne. Hehehe. T-t-t-t-t-t-t. Oh Gott. Ich hab noch einen Haken. Ja, noch einen Haken hab ich. Kann man sich zeigen, den Abkürzungen? Okay, okay, okay. Wir müssen durch das Labyrinth eben. Und? Ja. Nicht die Grenze los. Bist du hinter mir? Bist du hinter mir? Bist du hinter mir? Okay, hör auf, hör auf. Okay, okay. Ne. Ah, du hast den Ding, ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Aber das ist ja geil. Muss das gehören? Ne. Und Checkpoint. Hehehe. 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 Oh Gott. Oh, ich hab einfach nur... Hier läuft einer. Hehehe. 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 Aber das Spiel doch schon... Wenn alle ein bisschen besser sind, glaub ich macht das Spiel richtig Spaß. Ja, sorry. Hehehe. Hehehe. Ich raff das manchmal nicht. Hehehe. 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 Wann hat man keinen Doppelsprung? Äh, du hast einen Doppelsprung. Einmal im ganzen Spiel. Nein, wenn du in der Luft bist. Nein. Manchmal funktioniert das aber nicht. Nein, genau. Wenn du auf dem Boden warst oder so einweist... Ja, okay. Schon, das funktioniert noch gar nicht. Nein, wenn du runterfällst, also wenn du am Fallen bist, ist das schon dein erster Sprung. Okay. Genau. Du kannst abspringen und nochmal springen oder du kannst fallen und einmal springen. Genau. Ja, aber es ist ja beide... Ja. Ne, es ist nicht beide dasselbe. Abspringen und nochmal springen oder fallen und nochmal springen. Das ist ja... Ah, okay. Also sollte man wirklich abspringen und dann nochmal und nicht fallen lassen. Ja, klar. Genau, du kannst in der Luft einmal springen. Sagen wir es eher so. Okay. Du musst einmal in den Boden und dann geht es wieder. Okay, gut. So. Dann würde ich sagen, das war die erste Runde Jump'n'Run am TT-Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen um 20 Uhr wieder und mal schauen, ob wir die anderen Schranken auch noch aufnehmen. Bis dahin macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.